so im 321 hallo meine lieben freunde und willkommen zu einer neuen folge von super bomber man dabei nephias max und wuschel wuschel hallo so schön war es in der letzten folge noch eine folge in der letzten folge war es schön gummi mäßig oh hyrule garten das kann ich schnett weil das verwirrt mich mit diesen komischen kann ich schnett war das zu viel für mein gehirn das ist viel zu viel krass für mein gehirn da hole ich erstmal erdbeerkäse das gehirn jogging deluxe hier das spiel ja erdbeerkäse richtig leckere frische zutaten b wo ist für mich aberık form LOGE genau aus dem grund weil du halt teilweise echt nicht siehst du kannst du doch durch und wo Und die rechte, die ist ja egal. Nee, wuschel. Nee, wuschel. Nee, wuschel. Nee, 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 nee. Aber ich. Oh. Soll doch so gerne. Nee, nee. Nee, nee, nee. Oh. Holy shit. Aber das war. Ja, das war jetzt, das war jetzt, das war jetzt, das war jetzt, also, das fand ich jetzt. So, Kati, wir müssen mal reden. So, Kati, wir müssen mal reden. Nein, ich doch jetzt auf mich, ich hab doch keine... Hat Max gerade irgendwas gesagt, den hatte ich eben blockiert, glaube ich, ne? Nee, ich glaube, er hat einen... Also, gut. Der ist von jetzt aus der Folge raus. Take this! Ich bin mir nicht sicher. Deswegen, ich war eben schon mal verwirrt, warum Kati den am Anfang noch genannt hat. Okay, 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 jawoll. Oh nein! Ich kann doch mal... Mann ey! Man kann ja mit dem Handschuh, wenn er am Anfang kriegt, in drei Richtungen werfen. In drei? Nee, du kommst zu dem... Oben rechts kommst du jetzt nicht hin? Geht schon. Schräg cheat. Schräg cheat. Ich will auch noch mal gewinnen. Hallo, ich war doch so gut am Anfang. Wieso hast du mich denn jetzt nicht mehr gewinnen? Oh, ich hab grad ne Paypal-Donation bekommen. Wo kommt die denn her? Hab ich gestern Abend auch? Jeder verrät hier meine Geheimnisse. Ich mach das immer schön sauber hier. Von einer Seite zur anderen. Wuschel macht das auch. Nee! Wuschel wird das einge... Max! Tut mir leid. Mit Ansage. Oh oh. Ich sag ja, die sind böse. Hau denen. Oh, jetzt kriegst du so einen abge... Wuschel wird dich jagen, bis du schwirbst. Ich find das lustig. Ich find das, was wir so beibehalten. Uh. Yay. Hallo. Lass mich... Nein! Klein und unschuldig. Ganz klein und ganz unschuldig. Oh, erst langsam, Wuschel. Oh, jetzt nicht mehr. Nein, Wuschel, nein. Nicht mich. Oh nein. Ich bin mega langsam. Das hat aber keine Geheimnisse. Oh nein, ich bin schon wieder mega langsam. War jetzt nicht so die beste Idee. Okay. Ich bin wieder voll im Game drin. Sorry, Kati. Kein Problem. Ich hab... Was war denn das? Wo kam denn das jetzt her? Wieso kommst du was denn immer aus dem Mysterium? Einfach... Es ist einfach da. Das ist voll unfair. Das ist voll geil. Aus dem Nichts. Die existieren bestimmt gar nicht, diese Bomben. Die sind immer nur da, wenn ich sie nicht brauch. Das ist das Geisterbomben-Item. Oh nein, ich bin langsam. Nein, ich glaube auch. Okay. Immerhin, ich sterb nicht immer als Erste mittlerweile. Das ist schon mal für mich ein Gruß. Danke. Das war jetzt nicht gegen dich. Nö. Nein! Das sehe ich nicht. Oh, die Freude war schon einfach so zu groß. Die war einfach zu groß. Ich bin konzentriert. Take this! Oh, es laggt. Es laggt es nur bei mir? Ah, so mini laggt es gerade. Okay, gut. Was? Oh, der war geil. Der war geil. Geil von dem, der kam. Der war richtig gut. Take this! Oh nein. Oh nein. Oh Gott, fast wäre ich da verreckt. Fast. Ganz, ganz klar. Take this! Oh nein, sie hat es gekriegt. Take this! Vorsicht, ich habe große Bomben. Vorsicht. Vorsicht. Oh Gott, wo bin ich? Take this! Ich sehe dich auch gerade nicht. Du bist rechts, rechts, rechts. Ah, da! Ah, okay, ich habe mich gefunden. Was? Ich habe nichts... Habe ich da einen hingelegt? Naja, okay. War ich das? Naja, okay. Was wird denn das? Was wird denn das, wenn es fertig ist? Was legst du da, du Schmarrn? Für Schmarrn. Oh Mann. Hier. Stirb. An einer Bombe. Bomben! Boah, das war echt knapp, ey. Bombe! Nein! Oh, Scheiß! Ich war gierig. Max hat gewonnen. Yay, Max hat gewonnen. Ich bin nicht um die Decke gekommen. Mach jemand ein Nettes! Ich habe vorher Bu gesagt und dann dachte ich mir so, das ist jetzt aber ziemlich viel. Das ist jetzt aber auch viel. Schnell rausschneiden. Ich werde auch diesen Dings haben. Diesen Hammerschlag, damit ich Bomben woanders hin verteilen kann. Wo gibt's den? Ja, du hast den doch. Gerade eben bekommen, glaube ich. Echt? Den Boxhandschuh? Genau. Weißt du, wie benutze ich den? Äh, Y. Mit Y. Was ist die dann? Achso, dann lege ich eine Bombe und kann die irgendwo hin schlagen. Nee, ja, du haust die dann weg, genau. Ich häng irgendwo fest. Fuck! Mann, ey! Alter, wie viele Items hast du schon gehabt? Das geht gar nicht, wie ich das machen will. Ich dachte, es geht, dass man das dann so rüber drückt. Die waren noch nicht. Du meinst den Kick oder was? Äh, 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 stopp. Oh, hallo? Oh, hallo? Oh, hallo? Oh, hallo? Ich bin weg. Take. Ach, ihr seid ja schon beide. Äh, wo bin ich? Okay. Nein! Nefias reibt sich die Hände. Das ist dieser Hyrule-Garten, der mich verwirrt mit seinen komischen Pavillons. Ich komm manchmal unter... Oh, ich hab ne andere Ecke. Oh! Oh! Aber stimmt, durch Zufall bin ich auch dreimal oben rechts gelandet gerade. Ich war auch die ganze Zeit unten links, wenn ich mich jetzt nicht ganz toll... Aber ich hab's eigentlich umgestellt. Ne, also ich war an unterschiedlichen Dingern. Alles gut. Wir kommen schon unterschiedlich an. Äh, aber wenn ich jetzt ne Bombe an den Außenrand lege, und wie schmeiß ich die denn woanders rüber, so wie ihr das immer macht? Äh, du brauchst nen blauen Handschuh. Einfach nochmal die Taste. Also wenn du einen Handschuh hast, auf deine Bombe bleiben und direkt nochmal drücken. Nein! Ah ja. Auf meine Bombe was und was? Ne, Piers, geh weg! Wenn du jetzt die Bombe in die... Einfach gleich die Taste nochmal drücken wie fürs Bombenlegen und dann kannst du sie werfen. Ey, ey, die hast du ja wohl... Die Le... Ja, ich musste vor der anderen noch weglaufen. Äh, nein! Ich hab mich selbst eingekeckert. Oh Gott, nein doch nicht. Oh, alles gut. Ich lebe noch. Falls es jemanden interessiert, ich lebe auch noch. Du lebst immer noch. Ähm, scheiße. Oh Gott. Oh Gott. Ich lebe aber nicht mehr lange. Ich seh's jetzt schon kommen. Ohhhh. Ohhhh. No, no, not good. Not good. Irgendwer legt da schon wieder wie so ein Irrerbomben. Was ist denn nur los mit euch? Eine Bombe pro Spiel reicht doch. Oh, oh. Und den Rest der Zeit ist Kaffee trinken oder was? Oh, ne. Ne. Oh, ne. Oh, 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 oh. Okay. Okay. Oh, diese Pavillons, die machen mich ganz crazy. Take this. Okay, ich versuch's. Oh, ich hab immer Angst. Take this. Was ich geil fände, wenn man... Oh, was ist das denn? Wie kann man denn das... Wie geht denn los? 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 Wie geht das denn? Leckt das gerade? Ja, es leckt ein bisschen gerade. In die Magen. Lauf doch in meine leckende Bombe rein. Take this. Oh nein! Ich will noch mal reinkommen. Nein! Ich hab jetzt nicht mal gesehen, was passiert ist, wenn ich endlich bin. Einfach irgendwas. Irgendwas ist passiert. Aber was genau, äh... Ich hab gehört, der Gelbe möchte auch mal gewinnen. Hab ich auch gehört. Der smilet dann alle voll an. Der ist dann voll glücklich. Dann muss der Gelbe das mal machen. Ja, spielt mal den Gelben. Dann gewinnt er mir nächstens einmal. So. Den gibt's denn noch so? Nee, eigentlich will ich... Ich hab' ich gar keinen anderen. Rosa. Hellblau. Ich nehm' mal hellblau. Dann ist der Gelbe nicht immer so traurig, wenn er verliert, oder? So nen Bomberman Link wäre eigentlich geil. Oh ja. Bomberman Link mit so ner Mütze. Here I go. Und mit den Magnetbomben. Boah. Ich hab übrigens ne Map, die hatten wir im Video auch noch nicht gerade gefunden. Uuuuh. Aber die hatten wir in der Vorbereitung. Oh. Die Eisflächen. Iiih. Aber die ist... Oh nein. Und mit Herzchen draußen. Hallo Mädels, schaut mal. Was soll das denn jetzt heißen? Ey, echt mal. Du bist voll sexistisch hier. Was ist denn da los? Tschüss Max. Wo bin ich? Er rutscht in meine Bombe fast rein. Ähm. Okay. Was war das jetzt? Also ich weiß jetzt nicht so ganz. Ich bin irgendwie... Das hier verplant gewesen. Erst hab ich nicht gesehen, wo ich starte. Und äh... Zweitens weiß ich auch nicht. Ich ähm... Diese Map wird mich... Die Map ist super. Nee. Wenn einer hier rumrutscht... Oh nein, ich verständ. Oh. Oh nein. Oh. Oh. Oh nein. Geil. Stirb. Oh. Stirb. Oh. Stirb. Oh. Das hätt fast ne Klappe. Safe. Oh Gott. Die Geräusche von dem Bombe. Ist das ne Fiete Map. Oh. Ist das ne Fiete Map. Oh mein Gott. Geil. Nee, 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 nee. Ach du bist jetzt das Blaue. Sorry. Du bist das Blaue. Ich bin das Blaue. Was ist denn jetzt? Oh mein Gott. Also... Das ist ja echt ne fiese Map. Das ist mega fies. Wo leg ich denn jetzt? Fies mit, dass irgendwie alle immer auf mich draufkriegen. Ich weiß echt nicht, was heute ausfällt. Nee, ich find das voll... voll niedlich. Es spornt mich aber auch, muss ich sagen, extrem an, einfach erst recht zu gewinnen. Na toll. Oh 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 oh. Ja. Oh. Oh mein Gott. Was denn da los? Und tschüss. Und tschüss. Und hallo. Oh was? Oh 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 oh. Er kann da durchlaufen. Cheater halt. Ja ist so. Wallhack. Ui. Uiuiuiui. Wo setzt sich denn jetzt am ersten Bomben ohne mich selbst zu trüben? Das ist voll geil. Das ist ja schwierig. Ah guck mal, sie hat gewonnen. Weil ich Max rausgejagt habe. Ja, weil er sich wieder umdrehen musste und da war die andere Bombe und du kannst halt nicht stoppen auf den Eisflächen. Richtig. That's the problem. Aber die Eisflächen verschwinden auch mit der Zeit, oder? Nee. Sicher, weil eben... Schon wieder, Max? Schon wieder? Oh Gott. Jetzt geht der oben lang, da hat er keinen Bock drauf. Oh, 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 oh. Oh nein, oh nein. Lass mich gehen, tschüss. Oh nein. Ach, come on. Ich pump mir jetzt mal alles andere frei. Ich hoffe, das ist genieb. Nee, Fias, nee. Hi. Nein. Oh nee. Geh, Max, ärgern. Geh, Max, ärgern. Ja, Mario. Ist so. Ist echt krass. Oh mein Gott, wer wirft denn da Bomben? Wer wirft denn da Bomben? Welche irre. Hat ja schon mal funzt. Oh Gott. Oh mein Gott. Nein. Wo schäu? Nein. 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 Was für ein Spaß, das wir hätten machen können. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh Gott, ich bin entkommen. Oh nein. Oh nein. Nein. Nicht schon wieder. Oh nein. Nein. Ich fand das schön. Das ist so gemein, wenn zwei, einer links, einer rechts und du einfach nur noch links, rechts, links, rechts. Ja, aber freu dich doch. In solchen Situationen weißt du eh, dass du gewinnst, weil ich mich selbst rausbombe. Das ist immer schön in solchen Momenten. Nee, wenn die dann irgendwann richtig timen, dann ist es vorbei. Ich habe Angst hier. Das ist ein sehr schwieriges Map-Dingelchen. Die ist echt schwer. Ja, vor allem ein Step zu weit und schon bist du im Eimer. Oh, Max, das war ja schon wieder so eine Kriegserklärung. Oh, er hat wieder rübergeworfen. Ey, das gibt es doch gar nicht. Das war so. Eigentlich gekickt. Ist das dein Ernst? Ja, 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 war jetzt nicht ganz so dramatisch krug. Nee, irgendwie das auch nicht. Ja, nein, nein. Komm, mir mal so. Ja, wow. Die Bombe braucht jetzt nicht genau so lange, bis ich da bin. Ähm. Okay, Wuschel macht jetzt nicht. Nee, sehr geil. Kathi! Was? Was? Du wärst gerade fast wieder in meine Bombe reingelaufen. Oh. Ähm. Nee. Ähm. Nee. Nee. Was? Warte, warte. Ist halt... Oh! Kathi, mach das nicht. Alles gut. Alles gut. Ich lebe. Ich lebe. Oh, nein. Oh, wer stimmt's? Oh mein Gott. Nein, das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Das ist doch unfassbar. Oh, war das fies. Money. Let's get it. Money. Money, 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 money. Money, money, money. Das ist nicht ihre Entscheidung zu fighten. Nee, was hat sie gesagt? Ich hab keine Ahnung. Oh, oh Gott. Oh, hallo. Hallo. Alles gut, das hat keiner gesehen. Ich lege die Bombe einfach nur so hin. Ja, komm doch. Ihr seid nicht nett zu mir. Schön. Wuschel und ich sind nicht nett zueinander gerade. Ja, das sowieso. Hä, hallo? Ich bin die ganze Zeit hier auf meiner Seite und mach... Ja, aber erst wolltest du zu mir. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh Gott. So knapp. So knapp. Was wird denn das? Was wird denn das? Was wird denn das? Oh. Oh, hab ich ein Glück. Ich schlitter gerade einfach nur planlos. Von A nach... Von A nach B. Was ist das hier einfach los? Ich verstehe das nicht. Oh nein. Oh. Oh nein. Schön abgebrochen. Schön abgebrochen. Das kann ja länger gestumpt sein. Ihr könnt mich doch... An einem... Kati! Warte. Oh, warte. Entschuldigung. Wann sind wir? Oh. Entschuldigung. Ich werfe nur in irgendeine Ecke. Ist er aber da? Neue Ecke gefunden. Oh, oh. Nein. 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 Ich bin in irgendeine Bombe reingeschlittert. Meine war es nicht. Ich kam nicht mehr weg. Nein, ich glaube, deine war es so nicht. Ich habe Max verfolgt. Das ist grundsätzlich erstmal die richtige Einstellung. Ich auch. Das macht mich so wuschelig hier. Dieses Level. Zieh dich. Ich lache. Oh Gott. Oh. Oh nein. Ah, er hat seinen Handschuh zerstört. Sehr gut. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Haltes Kutche. Das ist immer so das übelste, knappste Ding der Welt hier. So. Da kommt jetzt eine Bombe hin. Och Mann. Oh nein. das war wirklich wieder du bist doch so ein arschkeks was ist nur los mit dir 30.000 bumpen hin hin hinter hinter ha ha oh gott da muss ich auch weg das mit diesen rutschpartien hier ist so eklig dass jetzt kannst du dich bedanken das ist einfach traurig das level war anstrengend ja stimmt wirklich man muss sich da echt konzentrieren man kann ich einfach verplant rumlaufen ja das ist schon gar nicht mehr meine stärke bin ich schon draußen ist schon nicht mehr meins verdammt ja gut okay dann würde ich sagen sehen wir uns in der neuen folge von super bomben mann wieder zu piraten genau ich ja 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 Bis zum nächsten Mal.